What the? Ja, so ein Spiel. Ja, ist alles in Ordnung. Lass uns Hüpfekästchen spielen. Dann... Eins, zwei, drei... Nein, vier, fünf, sechs, sieben. Ich bin so schlecht. Ich bin zu klug. K-L-U-K. Ich kann das aber nicht bewegen, ne? Weißt du, die tippt das nur kurz an. Und der rüschelt sich hier ein ab, wenn der dagegen rennt. Jericho. Ist das ein Name von einem der Kinder? So, hier drin sollte uns wahrscheinlich nichts überraschen. Isaac, Ellie hier. Ich hab jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, der kennt sie. Isaac! Ich sagte, keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Nicht. Er sieht psychomäßig aus. Ich trau ihn nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Macht das! Ja! Das ist schön. Das muss so sein. Wieso haben wir eigentlich so komische Rennstreifen? Ihr seht die, ne? Hier. Ist die auch bei Security. Alter, warum dauert das so lang? Hm. Das Spiel muss laden. Nichts da. Ich will... Nein! The fuck? The fuck? Nein! Didgeridoo... This is how we do it. Okay, gehen wir mal unser Inventar durch. Da haben wir noch einen Flammenwerfer. Ja. Wie gesagt, Munition haben wir nicht mehr so viel. Ah, das war so eine Kackidee, das da reinzuholen. Was steht da? CBC. Nein. Ah, das ist doch scheiße. Ah, gehen wir wieder rein. Automatischer Aufzug ist nicht automatisch? Was? Hat der sich dann eben... Nein, das kann doch nicht. Das war doch hier. Ah. Aber das Geile ist da, das Teil geht echt nach oben. Yeah. Mal schauen, ob das unten gleich wieder raufkommt. Ja. Ja. Toll. Wir sind jetzt durch den Boden gefahren. Ist das nicht schön. Bling, 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 bling. Das ist eine Tonleiter. Ha, 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 ha. C, D, E, F, G, A, H, C. Nein, B, D, F, Fis, Dis. Nö. Am liebsten würde ich hier mal so kreisrund schießen, aber das macht angesichts der drohenden Munitionsknappheit nicht wirklich Sinn. So, raus aus diesem Höllenfahrstuhl, Zeug. Nicht nett. Na gut. So. Allgemeine Munitionsübersicht. Äh, wie war denn das nochmal? So. Äh, nehmen wir mal das. Das hat eigentlich eine schöne... Ja, das hab ich schon gesehen. Danke. Nee, speichern, darauf hab ich jetzt keinen Bock. Zeug mir lieber was... Es war die Dunkelheit. Bitte danke. Bestimmt, wenn ich... Aufgabe erfüllt. Isaac, wir sind hier drüben. Kommen Sie. Kommen Sie. Ja, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin, Klasse 4. Yay. Und Sie? Ein Nerd. Ein Nerd. Das war klar. Scheiße. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Keine Snacks mehr. Keine Knickers. Snickers. Marsbars. Mars. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, was wir an Sie Knoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekauft. Sie könnten noch überleben, Sie sagen. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, bis Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Oh, leben Sie wohl. Gut. Oh, woher kommen? Wo, wo, wo? I can't see anything. Ja. Es. Das macht keinen Sinn. Das sieht nicht so aus, als wenn das wirklich klappt. Nein. Das war gemein. Plötzlich rennt er auf mich zu und, äh, ja. Zerschnitzelt mich. Ich hab gedacht, das Pritzel-Ditzel-Ding würde ihn ein bisschen aufhalten, aber nein. Nein. Okay. Äh. Wollen wir uns das direkt nochmal. Da. Das große. Das finde ich ja gar nicht cool, dass du... Na, komm. Und? Um dich rum. Um dich rum. Ja, kümmer du dich um das, was von oben kommt. Und ich... mach hier unten Party. Tanz zusammen war die ganze Nacht, das war knapp. Boah. Alles in Ordnung, Isaac? Nö. Ich glaube, das waren erst mal alle. Ja, schön wär das. Warum hat Taitman den Strom abgeschaltet? Was haben sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie? Wissen Sie, was ein Marker ist? Ja. Die Unithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Taitman hat mit den Kurz- und Schema-Teilen unseren Köpfen, meinem und Strauss, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören. Strauss muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden... Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche, sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. Hm. So. Und wo darf ich jetzt lang? Hm. Leuchte. Leuchte. Kann ich dich tragen? Nein, nicht dich. Kann ich dich tragen? Oh. Schwerer Zeitgenosse. Sehr schwerer Zeitgenosse. Ha. Ach, du hast dich bewegt. Du bist nicht cool. Das ist schön. Wir kriegen wieder Munition. Hey, aber kann ich... Ha, 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 ha. Cool. Hätte nicht gedacht, dass das damit klappt. Aber nun gut. Ah, super. Munition. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, knapp 200. Das sind zwei ganze Magazine. Hä? Okay, wo... Nach einer Explosion sah das nicht wirklich aus. Okay. You don't... You don't... Ach, Mensch. Was ist das? Anscheinend. So, und schon sind wir von 190 auf 66 Munition. 91 Munition runtergeknallt. Nein! What am I doing? Ach, entweder halten die viel mehr aus als... Hm, ich hätte die Harpune benutzen sollen. Ha, ich geh so unüberlegt an die ganzen Sachen ran. Und darum verliere ich auch so viel Energie. Und darum wird hier jetzt wieder jemand reinkommen. Und dafür... Ellie! Was macht Strauss? Schalten Sie den Strom ab. Und man kann Geräusche drei Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Mindestens. Mindestens. Ja, schön. Wo sind wir denn? Kannst du uns sagen, wo es lang geht? Ja, das kann ich. Geht in die Richtung. Komm mal. Nein! Haha! One-Shot-Kill! Das ist doch schön. So. Ach, das ist ja cool. Hihihihi. Oh, so kann man so viel Munition sparen. Ach, ist das schön. Fähigkeit Umbau und freigeschaltet. Wähle ein Objekt und drücke R, um alle installierten Knoten zu entfernen und erneut zu nutzen. Okay. Hä? Das will ich aber nicht. Wir brauchen vier. Was? Ach nee, Quatsch. Den haben wir ja schon. Stimmt ja. So. Dann wäre das schon mal geregelt. Schaden. Ja, machen wir das. Und Kapazität. Kapazität erhöhen ist immer gut. Und dann sollten wir demnächst aber mal schauen, dass wir dann unsere Rig auch etwas aufbessern, weil... So viel Leben, wie ich in der letzten Zeit verloren habe, macht mir... Ja, das hört sich auch so an. Macht mich das doch ein bisschen...